Kann man bei Sims 4 ein Kind nicht fühlen? Wir testen das heute mit diesem Sim und besuchen als erstes unsere Nachbarn. Die haben nämlich ein Baby bekommen und wir klopfen es direkt an der Tür. Hallo, ich heiße... Johanna! Und ich bin neu in der Nachbarschaft und wir werden eiskalt von der Nachbarn ignoriert. Oh Leute, ich sehe schon unser Zielobjekt. Wie lenken wir die jetzt ab? Zum Glück habe ich ein Feuerwerk dabei. Das sind normale Dinge, die man halt so in seiner Handtasche hat. Und das Feuerwerk werden wir jetzt anzünden. Mitten in ihrer Wohnung. Damit lösen wir nämlich ein Feuer aus und alle rennen nach unten und lassen einfach das Baby zurück. Tragisch, aber gut für uns. Wir schnappen uns die Kleine jetzt und rennen zu schnell, es geht mit ihr davon. Ihre Mama nimmt aber all den Bart. Jetzt füge ich sie noch bei meiner Familie hinzu, aber...